Was wir erneut machen werden und was wirklich wichtig ist, ist uns auf die Art und Weise unseres Spiels zu fokussieren. Wir haben eine klare Spielphilosophie. Die Bewegungen im System sind etwas anders, aber die Spielphilosophie ist entscheidend. Keiner kann etwas anders machen als das, was wir uns vornehmen. Der große Unterschied ist, dass wir wirklich, wirklich unnachgiebig sein werden. Die Spieler müssen sich daran halten. Dann werden sich einige Spieler auch verändern. Oder vielleicht auch nicht, wir werden es sehen. Die Spielphilosophie gegen Lyon ist jedenfalls in Stein gemeißelt. Daher wird es einfacher werden zu spielen. Ich glaube, wenn man älter wird, und leider werde ich das wie jeder andere Mensch auch, verändert man sich. Ich lebe jetzt, ohne ständig an morgen zu denken. Ich lebe heute und was morgen sein wird, das weiß ich nicht. Darüber zerbreche ich mir nicht den Kopf. Aber wenn der Verein mich weiter als Trainer braucht, werden wir darüber sprechen. Aber ich habe mir noch keinen Plan über meine Zukunft zurechtgelegt. Ich bitte Sie, mir zu glauben, weil es wahr ist. Es gibt keinen Plan. Ich frage Sie, dass ich mich glaube, weil es ist wahr. Es ist nicht programmiert.